Ich bin gespannt, ich bin gespannt, Freunde, wie sich Fat Comedy boxerisch weiterentwickelt hat. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Bis, Freunde, was geht ab? Duda verfolgt uns wieder Back. Diesmal gegen unseren Bruder. Fat Comedy. Okay, der war mir schon. Nein. Gehen wir mal direkt zu den Kämpfen, Freunde. Hey, sag doch mal, da sollt ihr Tees machen. Ihr braucht euch nicht auf den. Kriegt mal Tee oder so. Boah. Mach einen von dem ich hab gestrickt. Die nerven mich unnormal. Ey, pass doch auf, du machst doch mein Krieg, mein... Boah, Foto, den Kampf. Da ist der Cousin. Ich bin zuerst, Isla. Ich werde dir miese Bauchen geben, Bruder. Du bist doch frisch auch, Mann. Du musst den Regeln machen. Verwäng doch. Ich kann nicht sagen, was du denn hier... Kein Problem noch, Mann. Zeig dir, dass du kein Problem bist, alles. Beinarbeit, Mann. Ich muss sagen, Fat Comedy ist immer beweglicher hier. Herr Akkusen, der trainiert auch bei dem Cousin. Bei welchen Cousin? Er trainiert bei dem Cousin Amar 47. Und der Amar 47 ist auch eine gute alte Sportskanone, Bruder. Amar 47, an der Stelle... Er hat gute Arbeit gemacht, Dicker. An der Stelle, liebe, liebe Grüße. Der Amar 47 ist anscheinend der Mann fürs Grobe. Der Mann, der Fat Comedy vorbereitet. Und ich finde, dass hier schon... Der macht eine gute Figur, der Fat Comedy. Ein bisschen in Zeitlupe, aber er macht's. Römer kurz. Und nicht da an den Koffer. Guck dein Gegner an. Nicht so asessiv vor, nicht so an den Koffer. Hände am Kopf, Mann. Schön. Arbeit! Guck mal! Körper, Kopf, Mann. Körper, Kopf. Und der Linke zum Körper. Linke zum Körper. Und zum Kopf, Schleif. Schön. Guck richtig. Cousin, ich muss das sagen. Erzähl. Ich muss das sagen, Cousin. Ich verfolge das Ganze ja auch mit Also der Fat Comedy Hat jetzt die letzten 3-4 Wochen echt Gas gegeben Mit dem Training, oder? 100% Und der Bilal Gold schießt die ganze Zeit in Libanon, Bruder Der Bilal Gold hat die Zeit lieber damit verbracht Gambas zu fressen Ist das vom Vorteil, oder vom Nachteil? Gambas sind Bis proteinreich, Bruder Ich will dir aber im Kampf nichts bringen Du kannst dich nicht im Kampf mit Gambas beschmeißen Das zählt was anderes Aber Wallah Der Fat Comedy hat durchgetrainiert, Bruder Und jedes Mal, wenn ich bei Bilal Gold auf die Story gehe Der ist am Cocktail Schlöffel Der raucht eine Pfeife Der ist am Strand Wir rufen mal Bilal diesen kleinen Sch*** Ich bin ja schwank Scharmut Gold Rufen mal Scharmut Gold eben an Ganz kurz Scharmut Gold Kann er nicht wahr sein Mach dem mal eine Ansage Sag dem mal was los, Bruder Am Ende kriegst du Schläge Wallah Scho ja Schwanz Scho ja Schwanz Ja Scharmut Schwanz Wir gucken grad diese Video mit Fat Comedy mit Dulatovs Der ist auf Boxen, der macht richtig und du, Harawad, bist irgendwann... Bola, es schmeckt ja Team, bist irgendwann Grenze für irgendwas am machen. Der ist am trainieren, dein Kampf steht in Patan vor der Tür. Habibi, unsere Länder sind uns wichtiger als der Kampf. Bola, bleib da, du hast geredet wie ein Mujahideen. Wie Bilal für Präsident. Bilal für Scharmut, bleib dort. Bleib dort, Yamaniak. Seid ihr gerade am Reaktion? Wir sind am Reaktion, wie du live. Bola, die Doratos sind stabile. Ich schwör auf meine Mutter, die hauen meine Eltern kaputt. Bola, warum trainiert der mit denen? Ich schwör auf meine Mutter, was denkt ihr? Was denkt ihr, wenn ich will, dass der mit denen trainieren muss? Bola, der soll mit einem Kindergärtner trainieren gehen, ist besser, Bruder. Bruder! Cousin, du musst dich vorbereiten, Bruder. Die bilden den zu einer Maschine aus, Bruder, das braucht er doch alles gegen mich nicht. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, guck mal, Spaß beiseite, was hat er jetzt? Ehrlich? Ihr Schwanz. Erzähl mir, ihr Schwanz. Guck mal, ich hab gerade geguckt, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich bin Team Gold. Bruder, blamier uns nicht. Der macht gute 1-2 Kombinationen, ha? Ich sag dir, wir werden Schläge kassieren, Bruder, und wir gehen zurück, aber mit Geld. Oh Allah. Ey, Cousin, ich schwöre dir, ich sag dir ehrlich, Cousin. Hä? Ich hab echt Bock drauf gehabt, nach Hamburg zu kommen, am 10.9., und dir beim Kampf alles Gute zu wünschen, und dich an der Ringecke zu unterstützen, Bruder. Aber bei deiner Aussage, Cousin, wird das hier zum Ruderverein, Bruder, und zum Kanu-Verein, und ich rufe auf jeden Fall zurück. Ja, Bruder, Bruder, was soll ich machen? Der trainiert mit Indulatos, Bruder, wer kann da mitteilen? Hör auf, Gambas zu fressen, ja Team, du kannst ja nicht mit Gambas beschmeißen im Ring. Komm, komm, wir trainieren. Cousin, du bist ein Libanon, Bruder, mach auf Rocky Balboa, Bruder. Mach auf Rocky Balboa, Stämme, Holz, Stämme. Warte, warte, ich kein Kopf. Wenn ich kassiere, ich nehme Pepperspray. Wir stürmen im Ring, bevor du verlierst, damit man sagen kann, da ist Wasserbusch abgebrochen worden. Da haben wir ja Gambas, komm gesund zurück, dann gehen wir mal zum Training. Ich küss dein Herz. Habibi, komm gesund zurück, mein Bruder. Ich küss dein Herz. Habibi, yalla, yalla, ciao, ciao. Richtiger Schwanz. Sag auch, was macht der Bruder, warum, warum? Also, ich muss ehrlich sagen, ganz kurz, der Bilal ist stark. Wirklich, ich habe ja auch mit ihm trainiert, der ist stark. Aber ich glaube, der nimmt das jetzt gerade auf die Leif-Schulter. Fett ist am durchtrainieren, ne? Und... Chalas, ja, ne. Bilal weiß schon, was er tut, denke ich. Der kennt ja auch den Fett-Comedy. Ich glaube, er weiß, wie er ihn ungefähr einschätzt, ja, ne, und so und so, aber... Ich bin trotzdem Team Bilal, ne, ist mein Bruder. Warten wir es mal ab. Bei Islam? Das ist Islam, ne? Ja, Islam, genau. Bruder, der Typ ist ein Motherfucker im Käfig, Bruder. Ja, der ist krank. Der ist krank. Der ist fett, Bruder. So. Wir gucken jetzt ganz kurz, äh, Fett-Comedy darf eins natürlich nicht machen, wenn er schläge gegen den Kopf kriegt, die Augen zu machen und weggucken. Das ist sehr gefährlich. Eine Minute schon. Arbeite. Komm, noch eine Minute. So, dieses Weggucken, so. Seht ihr das? Seht ihr, was ich meine, Freunde? So, Augen zu und weggucken. Ja, schade. Sehr gut, sehr gut. Natürlich macht der Islam hier sehr, sehr... Zwischen durch die Linke. Und dann überraschend. Soft. Du musst dich immer hart machen. Arbeite. Jetzt. Jetzt kannst du hart werden. Ja, viel hauen. Nicht hart, viel. Harte immer nur, wenn du den LK hast. Ja, jetzt. Jetzt kannst du das. Hände hoch. Hände hoch. Zeig dir das. Kein Problem. 30 Sekunden noch. Komm. Jetzt. Knall. Knall. In der Ecke ist, lass dich raus. Jetzt. Nicht mehr gehen lassen. Komm, komm. 30 Sekunden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Fat Comedy-Schläge schon hart sind. Die sind jetzt natürlich nicht so schnell, weil man darf auch nicht vergessen, liebe Freunde. Fat Comedy. War halt wirklich eine fette Qualle. Also. Ja. 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 Da hat der schwere Knochen. Ja. Ja, der hat wirklich Ballast mit sich. Ja. 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 ja noch nie sonderlich jetzt Leistungssport betrieben. Deswegen, Respekt muss man trotzdem geben. Jemand schreibt abgenommen, Punkt, 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 operiert. Du hast recht, er hatte eine Magen-OP, aber Bruder, selbst... Das bringt auch, diese Magen-OP bringt auch voll die miesen Depressionen mit sich. Die Magen-OP ist... Körperlich so eingeschränkt. Die Magen-OP, Freunde, eine Magen-OP, ist alles andere als ein Kinderspiel. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit Fat Comedy war, kleine Real-Life-Story, ich war mit Fat Comedy in Berlin, wir waren bei Samra, waren am chillen, dies und das, und wir haben alle Essen bestellt. Und Fat Comedy konnte das Essen einfach nicht essen. Nach einem Happen wurde ihm schlecht. Und das war nicht einmal so, das ging jeden Tag so. Und ich war fast eine Woche da. Dem Typ ging es gar nicht gut. Diese Magen-OP war also wirklich auch ein... auch für euch, falls ihr Magen-OPs machen wollt, überlegt euch da zweimal. Der Typ hatte wirklich monatelang Probleme und du kannst nicht essen und du kannst nicht richtig Sport machen, das fickt deine Psyche. Alles, also wirklich, das ist richtig krank. Und dass der jetzt so fit ist plötzlich und so Gas gibt, muss man respektieren. Aber hier merkt der Fat Comedy auch, ne? Die Kondition... 3, 2, 1... 3... Ja... Respekt trotzdem! Respekt am Fat, Alter! Also, ich würde auf jeden Fall nicht mehr so tot kommen wie heute. Wie war die Runde, Bruder? Ganz einfach. Die Sache ist, was viele nicht wissen, ich habe die Jungs da trainiert. Deshalb fällt mir das ein bisschen ein... So, nächste Runde! Warum hat er deine Zunge rausgeholt? Let's go! Warte, mach so! Genau so, mach so! 5 Minuten! 5 Minuten! 3... 1... 2... 2... 3... Let's go! Ohohohoho! Was ist denn hier los? Da hat der Fat Comedy wieder... Ist der Durchdreher gekriegt? 1... 2... 3... Let's go! Oh, Junge! Komm, mach mal! Komm, mach mal! Da ist was Persönliches dabei! Da ist 100%. Ja, mach mal! Cool, die Schläge! Komm, mach mal! Das ist kein Spaß! Boah, das ist auf jeden Fall ernst! Ich höre, man merkt! Schön! Man merkt, das ist ernst! Ja, mach mal! Ey, ich sag euch eins! Die Schläge sehen zwar langsam ein bisschen aus, aber die sind hart! Die sind auch sehr, sehr hart! Wenn der Bilal so einen in die Fresse kriegt, dann kann er taumeln! Deswegen, Bilal, Bruder Herz! Komm aus Libanon zurück! Ab ins Training, Digga! Sehr schön! Mach was! Nicht warten! Kommt damit! Das schaffst du dich! Nicht warten! Mach viel Druck nach vorne! Genau das! Genau das! Ja, ja, ja! Ja! Arthur! Hahahaha! Hehehe! Hahahaha! Du hast dich schon erschossen! Ja, ich ärgte mich! Oma renne dich! Oma renne dich, wo du klein warst und wir dich die ganze Zeit beim Schlafen gestört haben! Ja, aber muss man nicht vergessen, die beiden kennen sich seit über 10 Jahren, ne? Aber ey, Fett-Comedy geht drauf, der hat keine Angst. Der Oma hat keine Angst, Digga. Boah, da ist Wummshinter, Bruder. Man hört doch noch, mit einem hartes Schläger. Aber natürlich ist die Doppeldeckung von dem Bruder 1 A. Also harte Schläge hin oder her, Deckung ist alles. Komm, Mann, komm, 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 komm. Stell dir vor, ist dann die Gebietheit. Ey, auf das Schnau ist. Ey, auf das Schnau ist, wenn man gegen eine Cola-Dose kämpft, gegen 2-Meter-Leute ist Fahrergesprache. Komm, 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 30 Sekunden. 30 Sekunden. Komm, wir warten. Dann wurde der Oma kurz sauer. Komm, noch mal 20 Minuten, jetzt arbeiten wir durch. Durchschlagen, komm. Weiter, 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 komm. Mach das immer kontrolliert, Bruder, mach dich so hektisch, Bruder. Immer lockere Schläge, manchmal links, links, rechts, so. Ja, natürlich machen die anderen nicht viel. Natürlich machen die nicht viel. Ist ja klar. 4 Sekunden, 3. Sinan, wieso hast du nicht ernst gemacht gegen die Dullatovs? Bruder, das ist lockeres Sparring, was wir gemacht haben. Das war von uns beiden Seiten nur 30, 40 Prozent, wenn überhaupt. Bei so einem Sparring-Kampf kannst du nicht ernst machen. Wenn sich jemand verletzt, dann war's das. Das ist doch behindert. Man muss immer bei Sparring mal locker machen. Natürlich kommt das drauf an, was für einen Sparring du machst. Wenn du Kampfvorbereitungen aus Sparring hast, dann geht's ein bisschen näher dazu. Aber da ist auch wirklich Kopfschutz. Alles muss stimmen. Mundschutz. Wir hatten nicht mal Mundschutz, nichts. Deswegen muss man immer sachte bleiben. Das ist auch ein Sparring, klar. Aber das ist so Mastrader Sparring, so dieses Lockere. Die können doch den Fat Comedy jetzt nicht verletzen, kurz vor seinem Kampf. Der hat doch einen Kampf jetzt, die Tage. Seinen ersten Kampf auch noch.